Willkommen zurück, ich habe jetzt einfach trotzdem weitergemacht, ich hatte keine Lust jetzt erstmal auf diesen Levelstart zu warten, dann müsste ich jetzt nochmal durch. Mann ey, wie soll ich das denn machen? Oh Gott, das geht mir auf den Piss. Oh, es gibt immer noch einen Affen, den ich vielleicht noch nicht gesehen habe. Direkt hinter mir oder so, keine Ahnung, dass ich ja immer eine Kiste nicht mehr kaputt machen kann. Ich schaue mich jetzt erstmal in dem Versuch ein bisschen um. Vielleicht ist das das Rätsel zu lösen, was ich hier irgendwo einfach den ersten Affen direkt hier kaputt machen kann. Das ist nichts. Das ist nichts. Das sind genau die drei Affen. Das sind genau die drei Affen. Ich habe keinen zweiten Affen. Das braucht keiner mehr. Ja, es kann um die drei Affen gehen, meiner Ansicht nach. Planlos, echt planlos. Unverzeihlich, diese Stages, ne? Das ist echt traurig. Die muss eigentlich verzeihlich sein, weil, wie gesagt, steuerungstechnisch, ne? Okay. Alter! Ja, man sieht halt nichts, ne? Man sieht halt nichts. Das war ein guter Versuch, aber man sieht halt einfach nichts. Na, jetzt bin ich nur rausgegangen, ich Idiot. Och, maaaann. Ich habe mich auch echt nur drauf gefroren, die ersten Läufer nur so viel versprechen. Aber jetzt komme ich hier schon echt in Läufer 7 bei meiner Nemesis an von, weiß nicht, 20 oder so. Man muss bedenken, ich habe ja schon meinen Box-Anschuhe, ne? Jetzt ist der hier auch gar nicht so... Das kann ich hier auch sein. Schon mal ganz früh. Wie gesagt. Ah, verflucht. Ah, egal. Ja, man weiß halt auch nicht, wo der Affe dann dahinter innen ist, natürlich, ne? Ist ja jetzt auch nicht schlimm. Langsamer gewesen ist das nicht schlimm. Ja, pf. Aber zwei Sekunden langsamer gewesen, fast. Ja, ja, ja. Dankeschön, Spiel. Ah, guckt euch das mal... Mh, ist da. Das ist so zuckerlos für mich. Oh, ist das gut. Heieiei. Oh, ein bisschen steigen gerade kriegt, oh. Oh, ist das schrecklich, ey. Boah. Das schlimm ist, wenn ich so gut gehe, wäre, dann bin ich einfach nur angepissen und genervt, ne? Also, das ist das Schlimme. Ich kappe. Tu ya gan. Natürlich. Natürlich. Oh, alter Eifer. Oh, ich will dieses Level nicht mehr sehen. Weil ich finde, ist ja, ich gehe eigentlich auf so einen Scheiß, ne? Also, wenn das so kurzweilige... ...kack kurze Versuche sind. Die ganze Zeit, ne? Die dann einfach an, aber auch... ...vielleicht dann irgendwann doch mal... ...henturkreich in... ...können, willst du nicht rufen, ja? Ja. Och, dann... ...muss das jetzt sein? Muss das jetzt wirklich sein? Spiel? Ernsthaft? Ich mag nicht mehr. Viel anderes Level drin. Die Verzeihlichkeitsmöglichkeiten sind natürlich bei so einer kurzen Zeit extrem eingeschränkt, ne? Ja. Land, land, land. Das ist so ein fetter Boxhandschuh. Wie kann ich damit nicht treffen? Ja, guck mal hin. Das ist immer verzeihlich, wenn ich dann einmal daneben kotze. Das ist nur eine voll die falsche Richtung von der Zeit. Und dann ist das auch gar nicht klar. Einfach mal... Ja, das ist ja eine Möglichkeit gewesen. Weil ich glaub, wenn ich, äh... ...den Affen, also in der Animation bin, des Netzschwingens und den Affen dabei treffe... ...dann wird, glaub ich, um Zeit angehalten, wenn ich das mal richtig gesehen hab, oder? Ach, komm! Ist okay. Nicht noch als... ...in Ordnung an. Ja. Ja, auch das war jetzt einfach nur... ...keine Ahnung. Mal gucken, ob was passiert. Weil ich seh ja nix, Mann. Vogelperspektive. Okay, das wär hier gut. Ach, reiß ich hier in dem Level natürlich. Ja. Okay, wie auch immer der das jetzt gemacht hat, dass er so schnell auf einmal schießen konnte. Das war bisher noch nie der Fall. Bei allen 30 Versuchen, die ich jetzt hier in dem Level hatte. Äh. Ja, dankeschön. Und auf die Kersen. Ich hab gar keinen E-O-Kuh gehört. Ja, okay. Okay, Hemi hab ich in den Kotze gefangen. Ist gut, ich bin schon draußen. Nice. Ja, weil ich wieder... Die Kamera wieder. Mein bester Freund und Helfer. Echt. Echt. Ich hab keinen Plan, wie ich das machen soll. Ich weiß wirklich nicht. Das ist so schlecht. Ich hab's gesehen, ne? Ich versuch's mal so oft von der Seite. Keine Ahnung, ob das hilfreich ist. Ich verlieh auf jeden Fall Zeit dadurch, wenn ich jetzt immer noch Mitte-Links-Rechts mache. Wenn ich dann, ich glaube, rechts-Mitte-Links mache oder links-Mitte-Rechts ist auf jeden Fall schneller. Ihr habt doch, ihr habt gehört... Wau, 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 wau. Wisst ihr, was das bedeutet? Dass ich den Affen getroffen habe. Aber der war nicht betäubt. Doch während er das wau, 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 wau gemacht hat, ist er wieder losgelaufen. Ich versteh's nicht. Ich versteh's wirklich nicht. Das muss mir jemand bitte mal erklären. Schrecklich ist das, wirklich. Ach, mein Gott, ey, boah, was ist das denn hier, ne? Ohne Scheiß. Können wir das amüsieren? Are you not entertained? Ja, da oben ist halt, bleibt stehen, aber das reicht leider nicht mehr. Oh, das ist das, was ich hier vorhabe. Nein! Bitte nicht. Ja, komm. Jetzt hab ich 16.1, 16.2, 16.3. Aber leider keine 15.0. Aber es könnte trotzdem guter, guter Weg sein. Ach, weil der da jetzt auch auf der linken Seite war, der Laserspacken. Dann könnte ich mir vielleicht hinterher eine Sekunde sparen, wenn es gut läuft. Ah, ja, komm. Ja, nur die Kamera, die macht mich halt... Also die Kamera ist hier mein schlimmster Gegner in dem Lever, auf jeden Fall. Das ist mal gut. Ja, pfft. Ja, gut und leid, ist die Zeit jetzt aber auch schon wieder in den Hasbogen, ne? 17, ne? Ah, wo war jetzt das Problem? Wo bestand jetzt hier das Problem? Oh, ich versuche mal links, Mitte, rechts. Aber das Problem ist einfach, dass ich links und rechts halt die Problematik habe. Ich weiß nicht, wo der Apfel da gerade schillt. Halt die Fresse. Ich möchte dich nicht mehr hören, Frau. Wirklich nicht. Ich will nicht, dass die anderen Level auch so knapp sind. Oh, ich würde lieber echt viele Affen fangen und ein bisschen länger brauchen dürfen. Und damit es verzeihlicher ist. Weil sowas ist kacke. Sowas ist kacke. Ich kann sowas nicht. Auuu. Bling. Wir machen jetzt mal links, Mitte, rechts. Mal können sie da rauskommen. Dankeschön. Dankeschön. Nein! Hätte ich den erwischt, ich hätte genau die 15 erreicht. Habt ihr das gesehen? Auuu. Au. Ha ha. Schade, 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 ey. Bling. Was ist er denn? Hallo? Achso, da war er. Okay. Das heißt, jetzt sind wir immer auf der linken Seite. Offensichtlich, vielleicht, irgendwie. Man weiß es nicht. Ach, du total dumm. Warte mal. Ach, schade. Ich dachte, ich könnte ihn nicht zerstören. Das wäre natürlich geil gewesen, wenn da einer drin gewesen wäre. Dann, dann... Nein. Dann hätte ich mich, glaube ich, ein bisschen gehasst. Und ihr mich auch dann auch. Vollkommen zu Recht. Aber kann ich leider nicht zerstören. Och, Mann. Was hab ich für Gadgets jetzt? Nein. Nein. Äh, Kreis war der hier. Genau. So. Nein. So. Ich wäre verantwortlich mit diesen Tasten und ich... Okay, das ist mein Problem. Das ist einfach, weil ich gerade ein bisschen... Ich hab Puls, doch, ja. Es gließt halt so ein bisschen in mir. Weil ich gerade echt extrem wütend bin. Und den Scheiß eigentlich nur schaffen will. Guck mal, den hab ich jetzt eben geschafft, ne? Wenn ich einfach nur irgendwie ein bisschen umgewittelt bin. Oder habe. Elf Sekunden. Na, okay. Es klappt. Wäre zwar der neue Bestzeit gewesen, aber hätte immer noch nicht ausgereicht. Das wären 15-3 gewesen und nicht halt 15-0. Komischerweise war er jetzt ganz woanders, ne? Nein. Ja. Nein! Ich weiß nicht, ob es ist schon... Ja! Ich weiß nicht, ob es ist schon... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Aber selbst dann hätte es nicht funktioniert. Krankenwagen. Lalalala. Der war zumindest mit der Zeit ja sehr gut. Nein, Mann. Ach, verrückt. Anders geht es nicht. Anders kriege ich das nicht hin. Da sind einfach zu viele Gegner auf den Weg, ey. Hula-Hoop-Scheiß. Jetzt sind wir da auch noch technische Laser fixen. Also auch das hier zum Beispiel. Was soll das? Wie kann ich die nicht getroffen? Die Krauter grinsen. Ja, ja. Ein 1,5 Kunde, das schaffe ich. Ja, ja. Ich habe jemals das Pausen-Menü in der Zeit aufgerufen, weil die alles so träge ist, ey. Ich habe schon schwitzige Finger, echt. Wir haben Oktober, Herrgott. Wir sind also nicht an der Temperatur. Und wir haben einen unfassbaren Angersatz. Was? Wieso? Wer hat mich denn da jetzt wiedergeguckt? Ach, mein Gott, ja. Das war auch noch die falsche Seite. Ja, man weiß halt nicht. Man weiß halt nicht, was... Achso. Oh, jetzt... Das ist natürlich jetzt auch noch mal ein interessanter Ansatz. Na gut, wenn ich... Wenn ich in der Lage wäre, da durchzukommen, dann könnte ich mit euch vielleicht schon ein bisschen Zeit sparen, aber... Bin ich offensichtlich nicht. Nicht. Nein, ich springe. Egal. Ich bin da einfach so dumm. Es tut mir leid. Ich kriege es nicht hin. Ich kriege es einfach nicht hin. Oh, Gott, 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 Gott. Ja, danke. Mann! Oh, Gott, ey. Das ist fast auch einfach, dass ich zwei Spumme hier treffen werde. Warum nicht nur zwei Affen? Das klappt auch so, Mann. Das klappt auch mit den Scheiß-Box-Handschuhen. Ja, den ersten krieg ich dann vielleicht so hin. Ja, wenn ich da durchpassen würde. Das schaffe ich leider nicht. Ich bin zu doff. Leider etwas zu doff. Ach, komm, ich will nicht auf den Zeug. Ah! Ja, der zweite Ball ist jetzt gleich auch wieder hinfällig, ne? Schön, schön, schön. Okay, ja. Ich habe zwar jetzt wirklich gerne auch gedacht, Alter, wenn ich das jetzt heute schaffen sollte, sogar alle Zeitschränkungen... Komm, ich habe die ersten vier in einem Part gemacht, ne? Dann den Boss im nächsten Part und seitdem... Ah, ne, ich glaube, das Castle Fragment habe ich dann auch noch gemacht. Aber das hier, Alter, das ist dreist. Auch sowas zum Beispiel. Wieder etwas tolles. Warum schwingt er denn beim zweiten Mal erst? Warum nicht beim ersten Mal? Dann hätte ich ihn vielleicht sogar erwischt, ne? Das ist einfach dumm und kacke, ist das wirklich. Tut mir leid, dass ich das sagen muss. Die Voraussetzungen, die das Spiel aufzeichnen, sind leider durch die Mechaniken, die durch das Spiel angeboten werden, sehr, sehr schwierig zu erreichen. Es liegt nicht... Also es liegt auch an mir, natürlich. Aber... Ach, ich bin doch am Arsch, Mann! So, jetzt habe ich erst mal einen richtig aggressiven Schluck Kaffee getrunken. Ich mache es wieder so, so wie immer. Zack! Ja, guck mal, man trüft hier aber auch nicht so kein Auto, ey. Nichts ist da, ne? Ich habe so einen fetten, so einen fetten Boxanschul. Wie kann das sein? Du stärkst doch mal für das Spiel. Hast du gut freigeschaltet, wenn ich nur alles geschafft habe. Ach, nicht, ey. So, zack. Kicken. Essig. Ja. Wo ist der... Wo... Alter, wieso dreht sich die Kamera? Wer hat gesagt, dass ich die Kamera drehen möchte? Keiner! Ach, Gott, ey. Dann sehe ich meine hässliche Frisse stattdessen. Ich will wissen, wo ich hinlaufe und nicht, wo ich hingucke oder wie ich aussehe. Mann, ey. So ein Ranz. Echt. Richtiger, richtiger Müll. Richtiger Kackmüll. Ach, der legt mich doch am Arsch. Brrrrn. Ich will, dass das Spiel langsam echt mal zu Ende bringt. Wirklich. Also, das Spiel ist toll und alles, aber das macht gerade echt keinen Spaß. Das geht mir einfach nur noch auf den Piss. Biss. Kacke. Boah. Echt. Das ist mit was. Ach, Gott. Ach, Gott. Ich brauch's niemals für den Trophäe, es ist nur für den Scheiß 100%, Mann. Warum hab ich mir so ne Kack-Challenge wieder auferlegt, Mann. Ich muss natürlich vorher nicht, wie geil die Störung in dem Spiel ist, ne? Ja, es gibt ja etwas gleich mit Basel. Ja, guckt euch das an. Ich hätt's geschafft. Ich hätt's geschafft, wenn... Ach, Gott. Und wenn er geschwungen hätte. Ich hätt's geschafft. Wirklich. Ich mach den Part noch ein bisschen. Ich möchte jetzt nicht nochmal hier einen sinnlosen Fack-Part haben. Ja, Gott. Schille. Mein Gott. Ich hab echt gedacht, das ist nur ein Schritt. Ich hätt auch früher boxen können. Was ich nicht genervt. Was ich nicht genervt ist, Dennis ist erschienen. Oh, mein Gott. Ja, ich hab's geschafft. Jetzt sind acht, jetzt sind acht hier. Mittelfinger, Mittelfinger, fick dich. So, trotz deiner Scheißmechanik, trotz deiner Scheißkampel, trotz deiner nicht vorhandenen Kohäsionserfrage, hab ich dich gebumst. So. Oh, Gott. Wow, ich glaub nicht. Ja, das glaub ich auch nicht. Boah, boah. Oh, bleib nur noch 13 Level. Oh, scheiße. Gut, ja, dann mach ich jetzt aber mal einen Schnit, da meine Part, wegen sich komplett sinnlos. Ja, mal gucken, wie die nächsten Level so werden. Ich möchte nicht wieder so knappe haben. Bitte gib mir lieber eine Minute Zeit. Echt. Ein bisschen verzeihlicher, okay. Danke, Spiel. Ja, auf jeden Fall. Wir sehen uns aber nächsten Mal wieder. Wenn wir dann, weiß ich, der nächste Level, Casino City machen werden. Also, bis dahin. Und tschüss, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.